Ja, hallo meine Freunde, Herr Sonne, da sind wir wieder und ich habe jetzt, das wollte ich euch nicht antun, ich habe jetzt wirklich komplett nochmal die gesamte Windwüste durchkämmt, weil ich unbedingt diese eine Mission hier schaffen wollte. Hat jetzt mich fast eine Stunde gedauert, bis ich dann gesehen habe, okay, hier in der Hecke ist eine Schaufel und wenn das die jetzt immer noch nicht ist, dann keine Ahnung, was muss ich jetzt hier machen, jetzt kommt die nächste Frage. Ah, okay, da haben wir das auch schon mal, boah, ich habe mir zuerst, witzigerweise habe ich ja zuerst aufgenommen, wo ich hier die Nebenmissionen gesucht habe, aber wie schon gesagt, das wollte ich euch nicht antun, dass ich jetzt hier eine Stunde oder so hier die Nebenmissionen suche. Das müsste jetzt nicht sein, ähm, naja, jetzt haben wir endlich mal die Mission hier. Jetzt muss ich den... Wer ist denn aber der Experte hier für die Steine und sowas? Also ich weiß es, ehrlich gesagt, gar nicht so wirklich... Jetzt ist mal ohne Spaß, ich weiß nicht, wer... Wer der Experte dafür ist. Scheiße, nein. Äh, wir wurden... Äh, Mist. Nee, wir wurden der Experte für solche Steine. Aber wir haben hier auch noch eine Mission, wir gehen jetzt mal... Weiß, okay. Okay, so, gehen wir mal hier hin. Palim, palim. Okay, wir brauchen einen Heiler. Einen, jemanden, der sich mit Pflanzen auskennt. Ähm, wer kennt sich mit Pflanzen? Ach, Mann. Guck mal, hier haben wir noch ein Dings, ne? Ah ja, das war ja hier immer noch die eine Ecke, die ich nicht verstehe, wie man die öffnet. Und hier haben wir auch noch was. Okay. Wir werden jetzt mal... Ich glaube, erst mal zurück zur Heimat machen. Wir haben aber auch nur 86%. Was fehlt denn hier noch? Wir werden mal kurz hier... Hier hin machen. Wer kennt sich mit... Jetzt müssen wir irgendjemanden finden, der sich erst mal mit... Äh, so einen ungeschliffenen Rohdiamanten auskennt. Und der heilen kann. Also der im Pflanzenkunde gut ist. Tja. Wer war das dann gleich? Scheiße. Okay, wir gucken mal. Hier ist wieder Tock, aber... Der kann nix, außer mich, äh, zu labern. Morki, die kann, glaube ich, auch nix. Aua. Okay, was habe ich jetzt hier? Das ist doch, glaube ich, der, der sich um die Karten kümmert hier, ne? Aber warte mal, wir haben hier oben noch jemanden. Ich möchte auch noch mal ganz kurz gucken. Da. Okay, hier können wir Fähigkeiten verbessern. Oh, hier ist ein Schokschlag. Aha. Obwohl, warte mal. Eigentlich können wir hier mal alles kaufen, ne? Einfach nur nice to have. Ah, ich wollte gerade sagen. Ich habe drauf gewartet, dass wir jetzt hier was bekommen. Wo ist er mal... Ah, okay, jetzt sind wir hier. Gehen wir mal hier rein. Aber ich glaube, er kennt sich nur mit Karten und sowas aus. Kann ich mir eh nicht leisten. Aber er kennt sich nur mit Karten aus. Also er bringt uns auch nix. Ja, Mist, wer kennt sich denn hier? Die Baumwächterin. Okay, bei ihr war mal. Projektanzeigen. Ah, okay, warte mal. Brunnenquell, äh, Wildblumen. Ah, okay, die kümmert sich jetzt um. Dann ist hier aber auch die, die, die... Pflanzenkundige, die wir gesucht haben. Ah, okay. Sehr schön. Cool. Ah. Direkt das nächste Projekt hier machen. Aber ich sehe gerade, uns fehlt noch ein Samen. Also einsam fehlt uns noch. Okay. Ein einziger Samen fehlt uns noch. Guck mal, jetzt können wir hier... Aber hier waren wir schon. Oder waren wir hier... Ich glaube, wir waren hier drin schon. Wir können ja noch mal kurz gucken. Okay, hier drin waren wir schon. Okay. Goodie. Ich glaube, hier oben war man noch nie, ne? Ich glaube, wir haben hier oben. Ich glaube, wir haben hier oben jetzt auch alles, ne? Ich glaube, da siehst du mal. Ja, stimmt. Da haben wir hier oben jetzt... Alles entdeckt. Okay. 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 Wir haben hier oben noch mal. Wir haben hier oben noch mal. Wir haben jetzt null. Ja, wir brauchen acht. Okay. 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 Edeln. Bitte. wunderschön da hat mich das spiel zwar auch dafür kann ich nichts okay noch mal okay das haben wir jetzt auch sehr schön ich glaube hier waren wir auch schon ich würde hier gerne noch mal gucken weil hier ist kohlek erz hey sehr schön okay da haben wir jetzt eigentlich eine pflanzenkundige wie sie kennt sich logischerweise macht er hat nicht voll sinn 200 500 da schade geht nicht immer nicht hin können wir aber auch hier machen wir das brauchen noch einmal also 300 da haben wir ja auch alle splitter da haben wir ja jetzt eigentlich fast alles was wir haben wollen ein teil dieser richtung fühlt sich fast wie zu hause an das freut mich doch er so falsch gut ist natürlich doch wenn man immer wieder andere projekte hat aber nie haben wir glaube schon mal gemacht na okay das bringt nie okay gut da haben wir jetzt wirklich alles geklärt was wir klären konnten ich wollte noch mal gucken was er hier macht das ist ja der koch ob der irgendwie noch was alles ist richtig bis hierhin ich habe es trotzdem getan es tut mir so wie haben wir hier oben da war wieder die stelle hier macht sinn man man genau dieser koch okay die monkeys helfen wissen wir ja beim fischen wir haben ja irgendwo hier aber immer guck mal was wir hier haben das ist ja was wandel nahkampf schaden in energie um dann das verstehe ich auch noch nicht so ganz was mir das geheime wände werden halb durchsichtig hmm Wo ist jetzt die eigentlich? Hier. Aber was soll man da für rausnehmen? Ja komm, nehmen wir mal den Bonus-Schaden raus. Die Fähigkeit ist mega cool. Weil wir vor allen Dingen jetzt auch uns immer heilen können, wie wir wollen. Okay, eigentlich haben wir jetzt eine Pflanzenkundige gefunden. Kann ich jetzt zu ihm gehen? Wir werden jetzt noch mal zu ihm gehen, aber wir wissen ja jetzt auch, wo wir den Rohdiamant abgeben müssen. Oder besser gesagt, es ist ja kein Rohdiamant mehr. Wo wir den Diamant abgeben können, aber ich würde ganz kurz auch gerne hier nochmal gucken. Hey, Baum-Samen, du hast einen neuen Festgegenstand gefunden. Der letzte Samen von... Oh geil! Wollen wir doch nochmal ganz kurz hier zu unserer Lichtung machen. Und werden den Baum-Samen einpflanzen, als der letzte Samen... Ich dachte schon, ich dachte jetzt ohne Mist, dass wir jetzt hier in der Spirale gefangen sind. In der Teleportationsspirale... Ey, der letzte Samen... Ich finde auch gerade das Video zu extrem spannend, muss ich wirklich sagen. Ah, jetzt. Ey, cool! Haha! Hey, das haben wir auch geschafft! Warte mal, waren wir bei ihr schon in der Wohnung? Ah, hier kommen wir gar nicht rein. Okay, jetzt würden wir mal ganz schnell hier zum Baum gehen. Ja, cool! Ahnenlicht haben wir... Klar, gibt es immer Hoffnung. Okay, cool! Damit haben wir natürlich jetzt auch seinen Baum gerettet, was ich sehr schön finde. Ne? Fällt mal wirklich... Hier haben... Ne, jetzt haben wir... Ah, hier haben wir erst 73%! Schimmelwald... Äh... Schimmelwaldtiefen haben wir unten 96... Hier fehlt irgendwas ganz ganz kleines. Hier fängt das an, ne? Hier. Hier. Ja. Ha. Okay! Jetzt können wir... Ach so! Können wir nicht... Warte mal, wer ist denn... Da wir müssen noch die Mission abgeben. Okay, dann haben wir das ja auch geschafft. Wiederaufbau der Lichtung fehlt uns dann nur noch. Was wir ja gerade... Machen... 96... 96%! Ich überlege gerade, wo könnte hier überhaupt noch was sein? Wir haben ja alle, wirklich alles aufgedeckt! Oh... Okay... Aber Windwüste haben wir auch nur 86, was ich irgendwie auch nicht so ganz verstehe. Okay... Oh... Brunnquell haben wir nur 76. Also uns fehlt noch hier und da... ganz gut was. Also hier oben, das ist klar. Hier fehlt uns noch was. Obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass es 16% ausmacht. Hier ist auch klar. Müssen wir das hier noch öffnen und hier haben wir noch was. Problem ist, dafür müssen wir wieder die Portale benutzen, ne? Kann das sein? Ja. Hier haben wir nämlich auch noch was. Okay. Hier haben wir noch was. Guck mal, das könnte man jetzt schnell machen. Das können wir doch jetzt schnell machen. Das ist doch kein Problem. Sieht das aus der Tote und ich mal kein Problem... Nein... Das ist doch ganz lustig. Ich brauche mal ein bisschen anpacken. Ja... Dann ein paar Sekunden... Das ist doch noch mal ein bisschen. Es tut mir das... Ich brauche ich mal ein bisschen. Das ist doch einfach mal ein bisschen zu sehen. Kann ich mir sofort? Na dann boh, wir werden die Türke... dass wir... Da werden wir jetzt nicht... Was? als ob ich jetzt so schnell für die mutter ist jetzt oh gut ich dachte schon bin ich noch ja ich bin auf kurs da oben haben wir noch was aber gehen wir jetzt hin okay aber die geisterprüfung aktivieren und die geisterprüfung wo ist eigentlich denken die an hier okay da fängt an ja und wie wir die geisterprüfung machen meine freunde der sonne das werden wir dann in der nächsten folge erfahren wir haben jetzt mal ein bisschen weil es mal ein bisschen ruhigere folge ich hoffe es hat euch mal nicht so gestört aber müssen uns ja auch ein bisschen um den aufbau kümmern ja ihr habt ihr gesehen es hat ein bisschen was gebracht und ja und dann bis zur nächsten folge ist ein haut rein und tschüss